Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chart Checks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und wir haben heute wieder doch interessante Unternehmen mit dabei. Unter anderem Honeywell, Corsair, nach langer Wunschliste ist es auch endlich mal reingekommen. Und dann schauen wir auch mal, wie die Charts aussehen nach den wirklich tollen Quartalszahlen von Twitter und Snap. Bin ich also auch hier gespannt, was ihr dann auch als Feedback dazu sagen könnt. Jetzt aber erstmal viel Spaß. Wie immer schauen wir uns vorher einmal an, was die Indizes so in der letzten Woche fabriziert haben. Und da muss man ja sagen, dass der DAX kurz eine schwäche Phase hatte und dann aber doch recht schnell wieder zurückfand auf die alten Höhen. Zumindest ist man jetzt nicht mehr weit entfernt. Also alles noch intakt, keine Sorge, der Aufwärtstrend, der passt und der Deutsche Light Index ist weiterhin in einer sehr guten Verfassung. Außerdem der Dow Jones, nachdem er ja ein Verkaufssignal noch letzten Montag gezeigt hatte oder zumindest am Freitag noch gebildet hatte und dann am Montag schon tief eröffnen musste, ging es dann auch recht schnell innerhalb dieser Woche wieder nach oben. Also auch hier sieht man, dass man einen starken Abverkauf, die 34.000, diese Unterstützung hat gehalten und dann ging es auch direkt wieder rauf und die Gesamtstimmung an der Börse scheint hier weiterhin ungebrochen zu sein. Ja, auch die Nasdaq hat ein neues Allzeithoch gebildet. Auch hier gab es kurzen Rücksetzer, dann aber gleich weiter in Richtung neue Höhen und da hatten natürlich dann auch die großen Aktien mitgespielt. Also von Amazon bis hin zu Facebook gab es ja dann doch einige, die gepusht haben. Natürlich auch die Unternehmen, die wir uns heute nochmal anschauen, Snap und Twitter, die ja hier eben auch mit gelistet sind. Also so kann es weitergehen, das macht Investoren natürlich auch Spaß, es sei denn man möchte noch in den Markt einsteigen und da fühlt es sich natürlich dann auch den Allzeithochs überhaupt immer etwas schwierig an. Aber manchmal muss man eben auch das Teure einkaufen, um langfristig dabei zu sein. Aber das werden wir jetzt eben auch sehen bei den Einzeltiteln. Deswegen würde ich sagen, geht es direkt los zu Honeywell. Honeywell ist ja durchaus ein Unternehmen, was man immer im Depot haben sollte, könnte und vielleicht auch müsste, denn man hat hier einen Dauerläufer. Über Jahre hinweg ist das Unternehmen hier sehr stark am Steigen und das ist eben auch zuverlässig und das macht eben doch eigentlich am meisten Spaß, wenn man hier übersieht, über zehn Jahre, welche Entwicklung das Unternehmen mitgenommen hat. Dazu natürlich noch die Dividenden, das darf man hier nicht unterschlagen. Und jetzt hat man hier eigentlich eine schöne Range und zwar auf sehr hohem Niveau, aber doch sehr stabil. Das heißt, sein Rücksetzer ist nicht wirklich hoch, also nicht sehr deutlich, sondern immer nur ein bisschen. Und man hat hier ein Schiff, was durch ruhiges Fahrwasser fährt und das macht auch im Depot auch so eine gewisse Sicherheit aus. Gerade wenn es auch mal wieder ein bisschen turbulent sein sollte, kann man sich hier mit Honeywell natürlich gut aufstellen. Hier sieht man auch am hohen Volumen hier unten, da hat man doch offensichtlich noch große Investoren gewonnen, die hier eingestiegen sind an diesem Handelstag. Denn das ist hier schon ein ziemlich deutlicher Ausreißer, vielleicht sogar ein gutes Zeichen für die Honeywell-Aktie und deren Aktionäre. So kann es weitergehen, wer hier einen Einstieg sucht, der kann den eigentlich auch einfach nutzen, einfach reingehen. Auch ja, das ist zwar das Allzeithoch, aber das ist nicht so, dass die Aktie jetzt nochmal so wahnsinnig stark zurückkommen wird. Also die Zahlen waren super solide, man hat besser Gewinne ausweisen können als erwartet. Auch der Umsatz ist deutlich stärker gewesen als erwartet. Also all das in Summe wird dazu führen, dass die Aktie auch langfristig weiterhin steigen wird. Davon ist zumindest sehr stark auszugehen. Weiter soll es gehen mit einer Aktie, die ich ja schon noch oft gelesen habe und die auch oft gewünscht wurde. Aber da sie so richtig keine Zeichen gegeben hat, habe ich die meistens, ja ich sag mal, ein bisschen weiter gedrückt. Ja, aber jetzt muss man sagen, habe ich gedacht, jetzt nehme ich es mal mit rein. Kurs Air ist eben hier sehr, sehr lange, sehr langweilig zeitlich gelaufen. Das ist jetzt also nicht unbedingt schlecht. Ja, aber wenn man natürlich erwartet, dass die Aktie steigt, dann braucht man hier einfach auch Geduld über die Monate hinweg, die die Aktie hier im Prinzip nicht wirklich was gewonnen hat. Liegt auch ein bisschen daran, dass man natürlich vorher richtig stark hier durch die Decke gegangen ist. Man hat ja mehr als eine Verdoppelung gesehen und dann hatte man eigentlich eine schöne Korrekturphase, die dann hier spätestens, also machen wir hier noch einen Strich rein, etwa hier ist sie dann wirklich gescheitert. Weil hier hätte es noch quasi wieder abprallen können nach oben und der Aufwärtstrend hätte weiter sich fortsetzen können. Aber nein, es ging runter, dieser Trend ist gebrochen und so hat man jetzt eine Seitwärtsphase, die eben sich doch lang erstreckt. Aber jetzt vielleicht gar nicht so schlecht und deswegen ist sie heute auch mit dabei, weil man hier eine Unterstützung hat bei 29,50 Euro und diese Unterstützung scheint zu halten, auch wenn es hier schon einmal drunter ging, hat man gesehen, dass der Handelstag darauf sofort wieder Stärke gezeigt hat und oberhalb der Linie auch geschlossen wurde. Sehr gutes Signal. Und auch die letzte Kerze an Freitag hat hier gezeigt, dass man so ein bisschen bullig reingeht, denn es wurde stärker abverkauft und dann kamen die Käufer wieder hinein, die diese Kerze gestützt haben, also den Kurs gestützt haben. Und dann könnte es auch hier ein guter Einstieg sein. Man muss davon überzeugt sein. Ich finde die Bewertung jetzt nicht allzu üppig, deswegen passt das schon. Wenn man sagt, dass dieser Ausrüst dafür oder Gaming-Artikel-Produzent da hier richtig Erfolg haben wird in den nächsten Jahren, dann ist es durchaus eine Story, die man spielen kann und vielleicht auch jetzt als Einstieg ganz gut nutzen kann. Es sollte auf jeden Fall nicht diese 29,50 Euro unterschreiten nachhaltig, weil dann natürlich weitere Abverkäufe zu erwarten sind auf die nächsten Unterstützungen, die dann etwa bei 25 sind oder wenn es noch schlimmer kommt, dann eben Richtung 20. Ist halt schwer zu sagen, da die Aktie jetzt auch noch nicht allzu großen oder langen Chart aufweist und vor allem nach so einem Anstieg auch nicht wirklich irgendwelche Etappen hat. Also hier kann man mal auf der Lauer sein, wenn man überzeugt ist, vielleicht als kleine Ergänzung, muss jetzt auch nicht wahnsinnig übergewichtet sein, kann man durchaus mal so machen. Dann eine Aktie, die letzte Woche auch schon Zahlen gebracht hatte und die waren eigentlich, muss man sagen, relativ schwach. Also sie waren enttäuschend. Man hat nicht wirklich Wachstum generieren können. Der Umsatz ist weiterhin rückläufig, also das Wachstum ist rückläufig. Und das ist natürlich nicht schön für Aktionäre. Die Aktie selbst und das innerhalb des Chipmangels, muss man ja sagen, ist hier nicht wirklich gut gelaufen. Die letzten Wochen, Monate, Jahre mittlerweile eine Seitwärtsphase, die sehr viel und nicht nur sehr viel Geduld, sondern auch viel Nerven kostet im Zweifel. Und währenddessen eben alle anderen Chipaktien durch die Decke gehen, hat man mit Intel jemanden, der hier als Rohkrepierer dasteht. Und das möchte ich so deutlich sagen, weil es halt einfach der Fall ist, tatsächlich. Wartet hier ab, wenn ihr einsteigen wollt, weil ihr überzeugt seid, dass Intel sich wieder aufrappelt. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen guten CEO, der das ganze Schiff wieder zum Fahren bringen, ein bisschen Pepp reinbringen kann. Und das kann sicherlich ein Stück dauern, bis diese Umstrukturierung komplett ist. Aber ich glaube, wenn man nochmal die Chance hat, dass der Kurs runtergeht auf die 43 Dollar, dann hat man hier sicherlich eine gute Chance, einen Einstieg zu finden langfristig. Auch wenn man damit rechnen muss, dass der Kurs auch nochmal runter zurückkommt, je nach Marktlage, je nach Quartalszahlen und so weiter. Aber diese Seitwärtsphase ist sehr stabil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 43 Dollar nochmal fällt. Da müsste schon einiges passieren, dass diese Marke unterboten wird. Sollte es aber dort runtergehen und vor allen Dingen sich dann auch dort wieder stabilisieren, ist das natürlich ein Traumkurs, um hier einzusteigen. Wer jetzt aber schon unbedingt dabei sein möchte und nicht auf diesen Abverkauf noch warten möchte und hoffen möchte und vielleicht auch nicht daran glaubt, der hat natürlich jetzt hier in der Mitte dieser Range auch viele oder einige Unterstützung, aber auch dann Widerstände. Das heißt, wer jetzt reingeht, muss damit rechnen, dass hier ganz schnell auch wieder Widerstände kommen, die Abverkäufe wieder dazukommen und dann ist das eben eine Seitwärtsphase, die weiter Bestand hat. Und es bräuchte ja letzten Endes auch fundamental irgendwo einen Auslöser für eine Fortsetzung einer langfristigen Rallye. Ich meine, insgesamt der Aufwärtstrend über Jahre hinweg, wenn wir das große Big Picture mal aufmachen, ist ja weiterhin intakt, also zumindest in den letzten zehn Jahren intakt. Davor hatte man natürlich dann auch 2000 ganz andere Probleme, wissen wir ja alle noch. Also wissen wir zumindest über die Situation des Booms, die Dotcom-Blase, ist da natürlich nicht rauszunehmen. Dennoch, wie gesagt, ich würde hier gerade die Finger davon lassen. Einfach beobachten, die Aktie wird sicherlich nicht davonlaufen, davon gehe ich ganz stark aus. Und selbst wenn es gibt tolle Alternativen und wer überzeugt ist, einfach Geduld zeigen und dann vielleicht hier unter 45, vor 43, vielleicht irgendwo dort mal eine Position eröffnen. Auch hier würde ich nicht unbedingt groß gewichten, sondern eher so ein bisschen, naja, so eine Beimischung, vielleicht auch mal einen leichten Trade draus machen, wenn man sagt, ich möchte hier wieder bei 65 oder so verkaufen, weil es mir zu gefährlich ist, dass die Aktie wieder runterkommt, könnte ich auch verstehen. Ich meine, das ist ja dann doch so, dass da ein paar Prozent dazwischen stehen. Also wenn man jetzt hier unten einkauft irgendwo und dann hier mal schnell fast 50 Prozent mitnimmt, dann ist es ja eigentlich auch nicht so schlecht, darf man ja nicht vergessen. Für langfristige Investoren, wie gesagt, so günstig wie möglich einkaufen, wenn ihr überzeugt seid, aber nicht hier oben, das macht eigentlich wenig Sinn. Das nächste Unternehmen, was wir uns hier anschauen, ist Netflix und da waren eben die Quartalzahlen auch nicht wirklich berauschend. Das liegt natürlich daran, dass man nicht viele neue Kunden gewinnen konnte im letzten Quartal und das ist ja auch irgendwo allzu logisch, denn recht viele, die irgendwo als Kunden in Frage kamen, weil sie eben Streaming-Dienstleister grundsätzlich positiv gegenüberstehen, haben natürlich diese Chance dann auch in der Corona-Krise genutzt und sich da ausgerüstet, weshalb dieser Einmaleffekt natürlich jetzt noch zu spüren ist, dass man jetzt auch weniger Zulauf hat. Der Chef selber sagt, das ist eben noch diese Nachgangszeit, wir hatten eben letztes Jahr ein ganz besonderes Jahr dafür. Es ist jetzt natürlich eine Vertrauensfrage, möchte man ihm glauben und sagen, die Story langfristig ist intakt, wir werden wieder mehr Produktionen veröffentlichen können, die Leute werden wieder mehr und mehr angelockt durch wirklich tolle Inhalte. Wird sich also zeigen, wie es jetzt weitergeht. Interessant für mich ist aber viel eher, dass trotz dieser recht schwachen Quartalszahlen, des schwachen Nutzerwachstums, die Aktie nicht wirklich abverkauft wird. Das heißt, hier sind schon sehr viele Hartgesortene drin und ich kann mir gut vorstellen, dass die Aktie nicht wirklich tiefer zu haben sein wird, wenn jetzt keine ultra schlechten Nachrichten dazukommen, wie zum Beispiel, dass die Jahresziele kassiert werden komplett. Also es sieht aus, als wären hier kaum Zittrige drin, irgendwie auch die Medien schreiben nicht wirklich viel über Netflix. Es ist gerade eine Aktie, die bis schon untergeht, nicht so wirklich interessant ist, aber vielleicht ist das aber die Chance für diejenigen, die langfristig einsteigen wollen und wirklich hier investieren möchten. Dann kann man hier eine Position mal aufbauen und das vielleicht auch jetzt schon auf dem Niveau. Natürlich auch hier wieder so günstig wie möglich, aber eben aufpassen, dass genau diese Unterstützung hier nicht fällt. Das wäre natürlich nicht so gut, wenn der Kurs dann runter geht, weil dann auch dieser Trend gebrochen wäre und dann erstmal ein Abwärtstrend und weitere Abverkäufe zu erwarten sind. Trotzdem, wie gesagt, wenn ihr daran glaubt, wenn ihr sagt, Netflix, finde ich, ist ein super Investment, macht Sinn, dann könnt ihr jetzt da schon reingehen. Natürlich könnt ihr auch warten auf diesen Ausbruch, sollte der kommen. Das wäre natürlich die sichere Variante, das bessere Timing, wenn man so möchte. Aber ja, kann man machen. Netflix, ich glaube auch, dass hier so Einmaleffekte sind und langfristig wird Netflix sehr viel erfolgreicher sein. Und da habe ich das Gaming jetzt noch nicht mehr wirklich mit reingenommen, weil da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Andere sind da aus diesem Markt wieder ausgestiegen, weil es halt unfassbar kapitalaufwendig ist und die Frage, ob dann wirklich auch so viel Mehrwert daraus entsteht. Man muss ja auch Spiele irgendwo entwickeln, die auch gespielt werden wollen. Und da gibt es natürlich A, viel Konkurrenz und B, ist es sicherlich auch ein Aufwand, an dem man nicht einfach mal so von heute auf morgen erstellt. Werden wir also sehen, wie Netflix da reagieren wird. Langfristig, glaube ich, ist das eine schöne Story insofern, dass man hier sieht, dass keiner mehr großartig die Aktie verkauft, eine gewisse Stabilität ist da. Können wir gut vorstellen, dass die Aktie dann langfristig wieder den Weg nach oben findet. So wie auch Snap, die Mutter von Snapchat, viele kennen das und nutzen diese App auch mehrfach am Tag, hat richtig zugelegt. Ja, tolle Quartalszahlen plus 24% am Freitag. Also hier ging es richtig nach oben. Donnerstagabend kam die Nachricht, dass man halt wirklich richtig stark Umsatzwachstum, Gewinnwachstum, also wirklich Hut ab vor dieser Leistung. Und was bedeutet das? Dass der Werbemarkt natürlich weiterhin unfassbar viel Nachfrage erfährt. Also das war natürlich auch gleich ein Katalysator für Facebook, für Pinterest. Also alle Social-Media-Bereiche haben hier am Freitag zugelegt. Und das hat man eben ganz stark bei Snap gesehen, die den ganzen Sektor mit nach oben gebracht haben. Also toller Ausbruch, Chart-Technik. Wir hatten hier die Seitwärtsphase, auch die ist relativ stabil gelaufen. Erinnert mich auch ein bisschen an Pinterest, an den Chart. Und jetzt eben hier der starke Ausbruch, fast 25% zugelegt. Das ist natürlich eine Hausnummer. Und jetzt ist es ja wahrscheinlich, dass gerade getrieben von solchen tollen Quartalszahlen die Aktie weiter steigen wird in Richtung 100 Dollar. Eines darf man hierbei nicht vergessen, Snap ist mittlerweile 120 Milliarden Dollar wert. Unfassbar viel, hätte ich gar nicht gedacht, als ich das jetzt so gesehen hatte, war mir das so ehrlich gesagt nicht bewusst. Wenn man aber die Wachstumsraten sich mal so anschaut bei Snap, war ich auch überrascht, was sie denn alles so geplant haben. Also wenn man hier sieht, 2021 sind es ja schon 4 Milliarden, dann schon fast 6 Milliarden, dann 8,6 Milliarden. Also dieser Umsatzwachstum, wenn er so erfüllt werden könnte, dann ist das wirklich respektabel. Also Hut ab, natürlich jetzt noch Verluste. Ich hatte vorhin gesagt, Gewinn, also der Gewinn wurde nicht übertroffen, aber die waren weniger Verluste. Das muss man vielleicht nochmal richtigerweise so da zusagen. Und wenn das Wachstum so weitergeht, Hut ab, tolles Unternehmen, aber 120 Milliarden ist halt auch kein kleines Unternehmen mehr. Darf man nicht vergessen. Trotzdem für diejenigen, die charttechnisch gerne einsteigen, auch mit charttechnischen Signalen, die sollten sowas nutzen wie jetzt so ein Pivotal News Point. Da würde einer oder andere sagen, 25% habe ich jetzt verpasst. Eher nicht, sondern es ist jetzt eher so der Startschuss für weitere Zukäufe. Beweis liegt uns eigentlich auch schon wieder relativ nahe vor. Wir sehen das hier, auch hervorragender Ausbruch, extrem stark im Pivotal News Point und danach hat die Aktie weiter Dynamik gewonnen und ist einfach immer weitergelaufen, hat sich direkt neu bewertet. Also von dann 35 hoch auf fast 70, es ist eine Verdopplung. Insofern ist hier also noch viel drin. Das gleiche kann eben hier auch nochmal passieren. Das muss jetzt nicht gleich 50% sein, aber wenn es dann halt 30, 20 sind, ist es ja auch erstmal ein guter Start für diese Position und es ist ja unwahrscheinlich, dass sie dann nochmal rot wird im Depot. Und dann gibt es natürlich auch den Konkurrenten oder z.B. den Mitwettbewerber, wenn man so möchte, Twitter, die natürlich aufgrund der Zahlen auch recht positiv darstanden. Auch hier hat man mehr und mehr Werbeanzeigen geschalten, natürlich auch zu einem höheren Preis. Und hier gab es nicht so einen wahnsinnigen Ausbruch, sondern hier gab es eher einen moderaten 3% Zugewinn am Tag. Also das ist in Ordnung. Und was ja viel wichtiger ist, hier gerade auch Chart-Technik, die Aktie ist von dieser Überbewertung, die zwischenzeitlich entstanden ist, wieder zurückgekommen. Man hatte hier auch ein Quartal, was eben nicht ganz so bombastisch war. Und dann jetzt hier wieder schön Fahrt aufgenommen und der Trend wird sich weiter fortsetzen, denn die Kerze am Freitag verrät uns schon. Die Dynamik, die dazukommt, die wird hier dann auch weiter fortgesetzt. Und die 80 wird wahrscheinlich relativ schnell auch erreicht sein. Daher, auch hier kann man diese Chance nutzen, direkt mit den guten Nachrichten aus dem Sektor, auch hier mit einsteigen, wenn man überzeugt ist. Twitter ist natürlich nicht ganz so hoch bewertet mittlerweile, aber trotzdem auch schon eine, ja, doch solide Wachstumsaktie, die mittlerweile auch, oder die wissen jetzt auch, wie sie Geld verdienen können, wie sie mehr und mehr Umsatz machen, wie sie auch Gewinne machen. Das ist ja hier zumindest erwartet für 2021, bin ich also gespannt, inwieweit das erfüllbar ist. Aber auch hier sieht man, geht es in diese Regionen und jetzt wird ein oder andere aufmerksam sagen, Moment, das sind doch die gleichen Umsatzzahlen, wie das eben auch schon bei Snapchat ist. Und ja, natürlich, aber die Bewertung ist erst bei 57 Milliarden und eben nicht bei 120 Milliarden. Das heißt, hier hat man gerade so die Hälfte der Marktkapitalisierung bei gleichen Umsätzen und hier sogar Gewinne, die schon erwartet sind für 2021. Also vielleicht ja eine mögliche Unterbewertung rein von den Wachstumsraten. Also nicht für Value-Anleger, denn dafür sind das natürlich nicht die richtigen Kennzahlen, aber für diejenigen, die sagen Wachstum in meinem Depot gerne und sagen, ja, Twitter schafft es ja offensichtlich besser oder ist vielleicht so hier noch unterbewertet, kann man diese Chance nutzen. Ich selber habe sie nicht im Depot, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich mir das nochmal ganz genau anschaue, weil es einfach gegebenenfalls wirklich eine Unterbewertung von Twitter ist oder eine Überwertung von Snap, kann natürlich auch sein. Muss man dann selber natürlich abwägen. Westwing wurde sich auch sehr häufig schon gewünscht und so nach und nach hat man ja eigentlich immer nur einen Anstieg gesehen und das war ja natürlich für alle, die investiert werden, super. Ja, Westwing hat man ja eigentlich schon fast als tot geglaubt. Also vor der Corona-Krise hat man ja fast nichts davon gehört. Das war auch seit dem IPO eher ein Trauerspiel von 20 Euro runter auf zwei. Wunderbar, tolles Ergebnis. Alle Investoren waren sicherlich begeistert, aber dann kam eben hier dann auch mal so ein Lebenszeichen. Es ging wieder hoch auf fünf und ja, seitdem die Seitwärtsphase hier beendet ist und dieser Ausbruch kam, was vor allen Dingen dann eben im Corona-Tief, also sprich dann als Corona, so die Lockdowns so langsam so ein bisschen gegen Ende waren, also die erste Welle quasi durch war, dann hat man gemerkt und hat am Markt auch herausgebildet, dass man hier einen Gewinner haben könnte aus dieser Krise und das ist Westwing in meinen Augen auch, denn hier ging es natürlich stark nach oben. Auch sie haben Online-Technik richtig zugelegt und eben auch deswegen die Aktie hier zu einer Neubewertung geführt, die von 5 Euro auf fast 50, also ein Ten-Bagger in wenigen Monaten, das ist wirklich erstaunlich, aber mittlerweile sieht man auch, dass die Aktie so ein bisschen an Fahrt verliert, was natürlich allzu logisch ist bei so einer Rallye, dass dann auch viele mal Gewinne mitnehmen, wobei natürlich hier der Rücksetzer fast nie so richtig stark ist, das heißt, jeden Tag so ein bisschen kommt mal was, wenn es mal einen Rücksetzer gibt, aber es ist jetzt nicht so, dass mal auf einem Tag hier so wirklich der Kurs völlig einbricht, das ist zumindest ein gutes Zeichen, sehr solide, dass es auch jetzt nicht ganz so im Mittelpunkt der Spekulanten steht. Vielleicht jetzt eine schöne Möglichkeit, um reinzugehen, wenn man möchte, ich selber würde es hier einfach damit feststellen, das wäre der Zug abgefahren, auch dieses Setup allgemein, was natürlich gut zusammengepasst hat, ein Online-Möbelhändler und dann eben die Corona-Krise mit den Folgen, dass man eben mehr online bestellt, dass man es zu Hause schön macht, das sind natürlich zwei Indikatoren und auch Voraussetzungen, die günstig waren für die Aktie. Jetzt würde ich sie eigentlich nicht mehr kaufen, einfach aus dem Grund, weil ich wieder nicht wüsste, warum West Wing, warum nicht Home24, warum nicht Wayfair oder dann einfach, ja, warum sollten die Leute nicht bei Ikea kaufen? Schwierig, aber wer überzeugt ist, kann jetzt die Chance hier nochmal nutzen, denn der Rücksetzer auf die alten Hochs ist schon geschehen, es stabilisiert sich am gleitenden Durchschnitt 200 Tage, also wer überzeugt ist, kann hier den Einstieg weiterhin finden. Wer die Aktie schon hat und vielleicht auch schon länger hat, weil er das eben früh erkannt hat, der kann auch hier einfach mal Gewinne mitnehmen und vielleicht eine weitere oder andere Investmentidee verwirklichen. Kommen wir zur letzten Aktie des Tages und das ist die Baozun und da wurden ja einige doch zu Recht kalt überrascht, denn ja, warum ist die Aktie eigentlich so eingebrochen am Freitag? Und das liegt vor allen Dingen daran, weil eigentlich alle Tech-Aktien aus China so gewiss ins Minus gerutscht sind aufgrund der chinesischen Regierung, die hier vor allen Dingen den Bildungssektor komplett gemeinnützig machen möchte, das heißt die Geschäftsmodelle Frontal Education und New Oriental Education sind im Prinzip obsolet, sie können kein Geld mehr verdienen, sie wurden gefragt, ob sie das Ganze nicht einfach in die Gemeinnützigkeit bringen wollen. Wenn sie jetzt Nein sagen, ja, dann was wird da passieren? Dann wird natürlich die KP sagen, ein Nein akzeptieren wir nicht und dann habt ihr halt mit den Konsequenzen zu leben. Noch könnt ihr das freiwillig machen. Ja, schwierig, ich sehe das Ganze sehr, sehr kritisch, gerade auch für die chinesischen Aktien. Denn es ist halt ein Risiko, was immer da ist und wer weiß, morgen fällt ihnen vielleicht ein, dass man den eigenen Online-Shop doch nicht machen darf oder Baosun dann nicht mehr helfen darf mit der Infrastruktur oder vielleicht auch der Nächste. Also versteht mich nicht falsch, es könnten auch Chancen sein und ich sehe es jetzt nicht allzu kritisch für diese Geschäftsmodelle, die sind super, die Bewertung ist natürlich günstig bei mittlerweile allen China-Aktien, muss man ja sagen, von Tencent über Alibaba bis hin zu Baosun und Shady.com gibt es da eben bewertungstechnisch nichts zu meckern. Natürlich immer mit dem Abschlag der chinesischen Aktien. Warum Baosun so sehr stark mit runtergezogen wurde, könnte auch schadtechnische Effekte haben, denn man ist ja zum einen wieder in diesem Abwärtstrend drin, den wir ja schon in einigen Monaten mal gedacht haben besiegt zu haben, aber dann ging es halt einfach auch schnell wieder runter. Das ist sehr, sehr traurig und sehr, sehr schade. Und jetzt ist es eben wichtig, dass diese Unterstützung bei 25,7 Dollar auch einfach hält, dass sie nicht unterboden wird, denn sonst wird hier ganz klar dieser Abwärtstrend, der sich hier gebildet hat, weiter fortsetzen und dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass wir die 20 relativ früh sehen, denn das wäre so die logische Konsequenz der immer tieferen Tiefs, die wir hier sehen und hier und dann eben im Abwärtstrend eben Richtung 20 tendieren würde. Alle Spekulationen, wir werden es sehen, es sind halt politische Börsen und hier liegt natürlich immer auch eine Chance, kann man also auch nutzen, wenn man sagt, ich will jetzt mal reingehen und hier probieren, einen Trade zu machen. Also ich weiß nicht wirklich oder ich kann mir nicht vorstellen, dass das Risiko, das man eingeht, zu dem, ja am Ende auch zu der Rendite führt, die man damit erwarten müsste, bei dem Risiko, das man eben eingeht. Da bin ich skeptisch. Aktuell, wer investiert ist, beobachten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er selbst, wenn es im Abwärtstrend ist, die Aktie nochmal Richtung gelbe Linie läuft, das heißt also höhere Kurse und dann vielleicht das Minus begrenzen, wenn man sagt, ich will das jetzt nicht mehr haben, ich mache das Ganze nur noch passiv über einen ETF, wo man dann eben hier den, ja, den Sektor auch abbilden kann. Ja, schwierige Sache, fundamental, charttechnisch ebenfalls nicht leicht, die Situation. Wir müssen jetzt erstmal weiter beobachten, ob die Aktie jetzt den Abwärtstrend fortsetzt oder nicht. Wenn nicht, wäre es schön. Ja, wer den Einstieg finden möchte, kann das natürlich machen, aber ihr müsst wissen, es ist sehr risikoreich. Vielleicht ist die Rendite, die zu erwarten ist, auch kurzfristig, nicht wirklich, ja, im guten Verhältnis zu dem, was an Risiko da ist. also wir sprechen hier, es wird ja nicht direkt wieder ausbrechen, davon kann man so stark ausgehen, von gerade, ja, gut, es kann halt trotzdem 36 Prozent, immerhin, ja, kann man jetzt auch nicht meckern, das sieht recht wenig aus, ist aber doch recht ordentlich, aber die Frage ist halt, ob man sich den chinesischen, politischen Risiken aussetzen möchte. Da werfen wir noch einen Blick auf Tencent. Tencent ebenfalls, ja, mit unter die Räder gekommen, das ist noch vom letzten Mal, vom letzten Chartcheck, habe ich hier vor einigen Wochen dieses Viereck eingezeichnet und tatsächlich hält auch diese Unterstützung weiterhin, also in dem Bereich kann man kaufen, wenn man überzeugt ist, dass man mit Tencent weiterhin Erfolg haben wird. Ich bin selbst investiert, daher der Disclaimer-Hinweis, dass das Ganze hier hält, ist erstmal eine gute Sache, natürlich die Frage jetzt auch, wie es Montag jetzt direkt eröffnet, ob man nochmal runterfällt auf die 55, werden wir uns also überraschen lassen. Grundsätzlich sollte aber zumindest die 55 nicht mehr fallen, das wäre nicht sehr gut für den langfristigen Aufwärtstrend. Insgesamt Tencent-Bewertung, haben wir schon gerade eben bei Bauzoom gesagt, kann man natürlich jetzt nicht viel falsch machen, rein technisch. Bei Facebook ist das nochmal, ja, auch sehr, sehr gut gelaufen. Hier gab es einen Ausbruch, der sehr, sehr stark zugelegt hat, also jetzt ist man fast beim Billionen-Dollar-Club angekommen und auch hier haben natürlich die Zahlen von Snap und Twitter richtig gepusht. Super für Facebook, denn hier sind natürlich dann auch starke Quartalzahlen nächste Woche oder diese Woche zu erwarten. Bin ich also auch sehr, sehr gespannt, ich bin aber auch investiert, deswegen mal schauen, ob sich hier dieser Aufwärtstrend fortsetzen kann. Auf jeden Fall kann man solche Ausbrüche auch nutzen, um reinzugehen. Ja, das sieht immer gefährlich aus, wenn man eben hoch einsteigt, aber manchmal sind es auch die Startschüsse für einen weiteren Bewertungsschub. Genau solche Nachrichten geben dann eben richtig Gas. Wir haben das auch schon hier gesehen, auch wenn es immer mal einen Rücksetzer gibt. Der Anstieg folgt aber dennoch. Ja, haben wir dann ein paar Unternehmen heute umrundet. Wenn ihr Wünsche habt, einfach wieder in die Kommentare schreiben oder dann, wenn die Umfrage wieder kommt, die nicht verpassen. Ist natürlich immer ein bisschen willkürlich und hält ja dann meistens bis 24 Stunden, aber dann habe ich meistens schon so viele Vorschläge eingesammelt, dass ich da, ja, erstmal alle durchsuchen muss. Das ist dann recht aufwendig. Deswegen auch gerne einfach unten die Kommentare oder per Direkt-Mail. Ihr wisst Bescheid. Auf Instagram findet ihr uns natürlich unter unserem Namen, ganz klassisch unser letztes Video oder eben auch andere Sachen haben wir hier jedes Mal als Link direkt und aktuell. Folgt uns da gern und dann würde ich sagen, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Schaut euch gerne nochmal den Aktiencheck von gestern an und den Podcast vom Freitag. Eine schöne sonnige Woche. Bis bald.